hallo zusammen ich hoffe man hört mich weil es ein bisschen windig und habe jetzt mikrofon angeschlossen ich würde gerne heute ein video zum thema begegnungen und kommunikation von angesicht zu angesicht machen wieso habe ich mich für das thema entschieden und zwar deshalb weil ich ja schon mal ein video gemacht hatte über echt und direkt kommunizieren ich kann mich erinnern das schon ein weilchen her aber das war quasi nur da wurde da habe bin ich quasi von ausgegangen wir treffen uns von angesicht zu angesicht und nicht übers internet und wieso kann man denn im internet heutzutage so gut miteinander kommunizieren aber diese kommunikation führt in den seltensten fällen zu einem produktiven diskurs zu einem austausch der so wichtig ist für unsere gesellschaft wieso passiert sowas eigentlich fast immer nur von angesicht zu angesicht mit ganz wenigen ausnahmen das ist deshalb weil wir das was wir nicht kennen von vornherein kognitiv schon verurteilen oder uns vom kopf her ein bild von irgendwelchen gruppen personen von stereotypen machen und uns in dieser kommunikation die nicht alle kanäle bietet also nicht von angesicht zu angesicht stattfindet dann eben nicht mehr auf öffnen können für die also komplett öffnen können für die ansichten und argumente der gegenseite wenn wir uns hingegen aber von angesicht zu angesicht treffen und kommunizieren dann sind da alle kanäle mit dabei dann schwingt diese menschlichkeit mit dann schwingt die mimik die gestik kleinste augen bewegungen man merkt dass der andere einfach auch nur ein mensch ist und öffnet sich automatisch dieser person mehr und dann kommt auch ein produktiver austausch zustande der wirklich verständnis füreinander hervorbringt der also also nicht nur auf inhaltlicher ebene viel produktiver ist sondern der vor allem auch das mitgefühl und die liebe den anderen menschen gegenüber steigert gutes beispiel ist zum beispiel mit den ausländern wir haben im osten sehr viele landesteile wo kaum ausländer leben und komischerweise auch grad mecklenburgische seenplatte und viele bereiche wo eigentlich der ausländeranteil sehr sehr gering ist und genau aus diesen gebieten hört man die größten ängste da werden da ist die ausländerfeindlichkeit am höchsten da haben die leute am meisten angst vor der gefahr der einwanderung die eigentlich so gar nicht vorhanden ist und aus den gebieten wo menschen quasi schon lange ausländische mitbürger schon lange bei uns wohnen in den großen städten da hört man viel weniger solcher stimmen natürlich hört man manchmal nachrichten über das darüber dass die leute jetzt auch gerade auf griechenland sich überflutet fühlen von ausländischen mitbürgern und das ist ja ein problem wo sie angesicht von angesicht zu angesicht quasi mit diesen menschen dastehen aber das ist mehr ein strukturelles problem das hat mehr die politik mit ihren grenzen und ihrer verteilung zu verantworten aber das ist keine schuld von diesen mitbürgern von uns und ich kann selbst von mir reden ich wohne in einem in einer stadt mit einem sehr hohen migrationsanteil in einem stadtbezirk mit der höchsten migrationsanteil in dieser stadt und dann noch mal in einem stadtteil mit dem höchsten migrationsanteil und ich finde es wunderbar und wunderschön dass wir so durchmischt leben dürfen und so viel verschiedene ansichten und kulturen sichtweisen haben und ich würde mir niemals wünschen dass es weniger wird sondern ich finde das ganz toll wie es bei uns ist und ich habe jeden tag mit diesen menschen zu tun und diese austausch diese direkte kommunikation baut diese vorurteile ab und das ist so wichtig und ich will auch jetzt überleiten auf die aktuelle situation deswegen was passiert momentan gerade jetzt wo der direkte austausch so wichtig wäre jetzt ziehen sich alle zurück und jetzt findet der austausch über internet statt über videokonferenzen über telefon über text das nimmt uns ganz viel und jetzt brauchen wir eigentlich die direkte kommunikation jetzt müssen sich die politiker hinsetzen und gemeinsam von angesicht zu angesicht miteinander diskutieren emotional diskutieren jetzt müssen die menschen miteinander reden rausgehen sich austauschen meinungen vertreten dass jeder sich weiterbilden kann eine meinung bilden kann und dann aus dieser meinung aus dieser kritisch aus diesem kritischen diskurs etwas produktives wird dass diese krise tatsächlich die wir gerade haben dass da dass es danach weitergeht und wie was daraus gelernt haben wie ich das so oft sage und dieses zurückziehen nimmt uns diese chance zu einem großen teil und das ist ein zusätzliches problem tatsächlich unabhängig davon dass die medizinische gefahr von ganz ganz vielen experten als sehr gering angesehen wird als genauso groß oder klein wie bei jeder influenza welle jeden winter und es ist schon tragisch genug dass die politik diese entscheidung jetzt getroffen hat auf solchen grundlagen aber aber jetzt sind wir in dieser situation und jetzt ist jetzt sind wir da drin jetzt können wir nicht mehr zurück ich hoffe dass viele politiker jetzt ihre stimme erheben und auch mal in dem bundestag vor allem auch die oppositions parteien hier auch kritische stimmen einbringen dass langsam ein umdenken stattfindet aber das muss von angesicht zu angesicht passieren und die bevölkerung muss miteinander endlich reden und kommunizieren und nicht nur übers internet wo alles gleich als alternativ oder massenmedien bezeichnet wird und entweder man ist auf der einen oder auf der anderen seite so kommen wir tatsächlich nicht weiter und auch für die zukunft um wieder zurück auf den anfang von einem video zu kommen es ist einfach wichtig dass wenn wir vorteile menschen gegenüber haben wir sind sehr verkopft in unserer gesellschaft wir bilden uns sehr schnell weil wir viel nachdenken sehr schnell ein bild von einer personengruppe aufgrund von informationen die an uns herangetragen werden durch die medien das heißt es gibt menschen die haben noch nie wirklich mit 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 bürgern außerhalb ihrer nachbarschaft die sie schon ewig lang kennen zusammen gelebt und die haben einen tiefen hass und engagieren sich ganz stark gegen irgendwas was sie nicht kennen was sie nur aus den medien hören und das ist nicht nur gefährlich es ist kurzsichtig und bringt uns in unserer gesellschaft und auch die menschen an sich in ihrer persönlichkeit überhaupt nicht weiter sondern im gegenteil und ich wünsche mir dass das viel mehr leute rausgehen und den kontakt die konfrontation von mir aus auch mit diesen menschen suchen und nicht kurzsichtig stereotypen verkopft sich eine meinung bilden ach so und noch ein kleiner schnitt weil mir noch was eingefallen ist und zwar was passiert denn wenn wir uns nicht mehr begegnen jetzt in der situation mit den älteren menschen und den kindern was ist wenn die eltern sich nicht mehr begegnen meinungen austauschen wenn sie nur noch daheim sitzen sich von den medien briesen lassen immer mehr panik aufsteigt die kinder kriegen das voll mit auch wenn die erwachsenen versuchen das nicht zu zeigen oder nicht darüber zu reden oder versuchen nur optimistisch darüber zu reden aber das gar nicht wirklich glauben oder der meinung sind dann hat das eine fatale auswirkung auf die kinder die sowieso daheim bleiben müssen und ihre grundbedürfnisse nicht ausleben die müssten eigentlich gar nicht daheim bleiben in der aktuellen situation aber ich sehe bei mir in meinem bezirk auch überall wo ich rumlaufe ganz wenig kinder die müssten jetzt eigentlich alle rausgehen spazieren roller fahren in line erfahren man kann muss nicht auf spielplätze gehen es gibt so viel andere möglichkeiten und das ist für die entwicklung der kinder auch ganz ganz schwierig und teilweise auch gefährlich tatsächlich also da müssten sich auch mal auch wenn sie selbst die erwachsenen die kinder haben nicht sich für sich selbst nicht weiter informieren wollen und vielleicht auch andere sichtweisen zu lassen tun sie es zumindest für für ihre kinder weil die lernen daraus wie sie damit umgehen oder wie die menschen damit umgehen das nehmen die kinder auf und für später ist das problematisch dann wenn sie immer groß werden wie gehen sie mit krisen und wie gehen sie mit verschiedenen meinungen um gibt es nur schwarz und weiß gibt es nur die eine seite oder gibt es auch eine andere seite und um jetzt auf die alten menschen auch noch zu kommen was passiert mit alten menschen diese oder älteren mitbürgern die sowieso oft schon viele vorerkrankungen haben und ich kenne ich kenne meine oma die jetzt leider gestorben ist sie hat immer sich sorgen um ihre gesundheit gemacht immer beim hohen blutdruck gedacht jetzt ist es kurz davor kurz vor ihrem ende und was würde passieren mit meiner großmutter wenn die in der jetzigen situation noch leben würde ich wüsste genau es wäre fatal für ihre gesundheit allein diese panik und die was die medien machen und dass wir nicht mehr raus können das ist für alte menschen schon des psycho immunologisch gesehen sehr sehr kritisch also diese sterben dann eher an sorge und panik und kontaktmangel als an irgendwelchen krankheiten und was passiert beim austausch mit den alten mitbürgern die haben oft keinen zugang zu youtube und alternativen meinungen sondern sie sitzen da vor ihrem ard zdf öffentlich rechtlichen und glauben dass und da kommt darf auch keine familie kommen und mal mit ihnen reden sie mal rausnehmen ins altersheim aus sich austauschen in die sorgen nehmen da ist keiner der das macht und das ist zusätzlich gefährlich für die alten menschen also diese situation ist so auf so vielen ebenen verantwortungslos meiner meinung nach dass ich sehr oft mit mir kämpfe in diesem optimistischen weltbild in meinem eigentlichen weltbild zu bleiben und sehr oft mich herausgezogen fühle und dachte das kann doch alles nicht wahr sein ja noch mal ein kleiner nachtrag wer grundsätzliche zweifel an der medizinischen gesundheitlichen lage hat auf die diese ganzen maßnahmen beruhen ich verlinke drunter mal ein video von einem professor doktor das ist ein immunologe der ein radiointerview gegeben hat also nichts verschwörungstheoretisches keine ultimativ alternativen medien sondern ein ganz normaler radiosender der den mut gehabt hat eine stimme einen menschen zu interviewen der das hinterfragt und sehr schlüssig argumentiert wer da noch zweifel hat schaut sich das bitte mal an zwölf minuten geht das und bildet sich danach die eigene meinung und überlegt dann ob das alles in balance ist und ob der kosten die nutzen rechtfertigt die kosten also höher sind als der nutzen oder umgekehrt da ist jeder ja frei in seiner meinung aber ich sehe es wie gesagt höchst kritisch